WAMBOW SIX SIEGE heute mit dem Kommandor Cody Halli hallo Freunde willkommen zurück zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege hier im Ring Wielkrieg wahrscheinlich mal wieder mega die Fresse poliert weil wir absolut nix können auf gut Deutsch gesagt so was wollen wir warten wir wenn Jackal ok was? Biana oh Leute ne wir haben sofort drauf reingeschissen Kalt 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 halt 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 brauchst du es auch nicht dreimal sagen die dann halt und dann kann man nämlich mit Maverick leicht leicht Leister die Bandits auch weg machen es halt wenn sie Bandits Maverick das wäre natürlich jetzt optimal Leaking beendet kannst du Maverick nutzen oder Thatcher aber Thatcher haben sie ja gebannt und Echo gut er ist ein fett docker ne super Sache auf jeden Fall das findet mein Lieblingsweb spielen nicht finde ich ja immer wieder richtig toll so gewinn äh Bausteller Bruder Bausteller immer wieder gern mich brauchst du nicht umstimmen ich nehme immer wieder meinen geliebten Fuse ich nehme meine Durken ja oh du nimmst natürlich den Schärfer sauber willst du? nein ich bin euch liebesmüder du hast Bonuspunkte oh Longe dann jedes Mal wenn ich den Schärfer aufnehmen also nicht wenn ich aufnehme sterbe ich gleich als erstes bist du direkt tot ja das ist das ist natürlich sehr optimal wenn der mit dem Entschärfer natürlich gleich als erstes stirbt wollen wir jetzt wo ich docker bin ja die sind unten aufs die sind hinten Small Tower Small Tower? oh Gott naja Small Tower da wo die Ash gerade rumfährt ganz toll ey hat die Leute ist über mir wo geht es denn hier nach oben? wo geh ich denn hier nach oben? der Mute ja fuck die haben meine Drohne erwischt äh meine noch nicht meine noch haha äh ich bin hier ziemlich doof gefahren gerade dass ich hier eine Sackgasse habe aber egal kann man durchfüßen bis hin sag mal ach darum bist du ich bin nur vor wo bist du denn? ach da unten da kommen wir schon hier hoch na ich wollte jetzt bye bye Ash auf ne Rüben na ganz oben kann man hier irgendwo durchfüßen? bitte lass uns irgendwo durchfüßen können äh ja kannst du da wer läuft am Fenster ja alles klar gut ich guck dann direkt auf eine andere Seite wo du füße kannst oh Junge ne alter man fällt mal wieder komplett runter statt natürlich die Füße oder beziehungsweise den Händerhaken zu holen mann ganz mir nicht bitte beeilen irgendwie hier zu retten drückt dich ja mein tipp ist auch so indigenent hier in der Fenster rein ne 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 du füßt da durch weil jene Bombe ist und dann kommst du rüber und bitte diesmal mit abseilen das wäre natürlich schlecht ne aber man sollte auch natürlich warten bis einer den hinterhaken geworfen hat ne äh äh warte 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 nicht da runter hier runter wann abfühst du? ah fuck ja was war? war was? maestro cam oh man sicher ist nicht klar durch jo sicher dass ich nicht von einer Seite mal füßen soll oder ist doch schon auf wo denn? ich guck mal hier auf der einen Seite bei mir ist hier jemand wo wurde ich denn weg geholt? ja ne ist klar alter von wo hat er mich denn geholt? ja was für ein scheiß piker alter nur guck mal wie die da alle sitzen irgendwo hinter äh lass mich mal füßen das bringt dir nix wenn die füße ladungen nirgendwo zünden können lass mich verfüßen und glaub mir ich finde immer einen weg wo du meinst wo du meinst queues mit lmg sprechladung geben oh wir haben einen deutschen dabei über den spielchat umspringen sollen wir? nicht mit ner aufnahme das wird sonst bisschen kläglich können wir raus cutten? nein ich hätte nix bitten im match raus das kannst du vergessen auch nicht in der langen Wartezeit nein das einzige was ich raus cutten werde höchstwahrscheinlich ist dein gelaber da hinter der grunde es stört nämlich der zweiten mein hörvermögen ach leg mich doch ach leg mich doch ah die sind hinten weg da waren ah mute haben sie hier ja ich bin oben aber da wo sie vorher waren und da würde ich gerne auch durch ok es ist ein north side wo bist du? guten tag hinter dir ok so mr fuse dann zeigen sie mal was sie können so los hier oder ruf hier oder ruf hier mhm komplett drauf ja klar gehst du hier runter? nö anseilen erstmal ach so für die unterstützung weg jetzt ist gut jetzt ist gut wo wolltest du denn hin? ach so du willst ja da drüben rein ja auf wo warte und draußen wo bei mir ist ja ja ist egal save mich einfach jetzt nur was bin ich hier durch was bin ich hier durch? wow smoke ist da ja ich wollte grad ne claymore setzen alter hat er mich erschreckt alter ich war grad am hochgucken weil ich gefust habe ja ich habe gerade ne claymore setzen wollen aber dann kamen wir da durch die wand ey durch die tür so er ist auch ne scheiße ne gut ich mach ich mach jetzt einfach mal yolo rum ruf mal meine frisse ich habe recht mit namen richtig schlimm ich forschere ich mach fast plant die sind unten und der und dritten mal hier haben sie auch da unten vorsicht fast auch ja dann kann ich oben rein waschen da kann ich von oben vielleicht durch hier sind das war die mitte frost die kommt wieder raus ich gucke ob der weg von oben her clear ist ist ja wo sind sie denn da drüben hier ich bin drin du hier sogar frei ich will nicht das aktivieren gleich irgendwo von oben rein füßen der leute hätte es natürlich offen immer eine frisse ja ich weiß ich verstecke mich hier in der irgendwo ok ich finde nirgendwo durchfusen warte da läuft von hinten cavera ja ne bandit ich habe bandit aber geholt ja smoke ist aber auch tot na bandit habe ich doch noch geholt meine frisse bandit ist da junge aber als ob die krieg schon wieder so auf die fresse ne das ist normal ist egal gleich verteidigung ich glaube nicht ich glaube dass sie absolut durchfusen das job fest achtung jungchen kann man die nicht auf aufheben irgendwie wenn die cross trip zerstören ja keiner drauf schießen und ballert sie den nicht weg aber gut ist auffällig verrät seine portion ja ja von rechts kommt einer da ist wo nein ich will nicht aufgeben boah schade das habe ich nur die ford oder ja nee und der maestro forst maestro und ein unbekannter ja gedeckt haben wahrscheinlich bandit ne ist egal jetzt sind wir als verteidigung na ganz doll sind wir darum eingesperrt wie sonst was ey nicht nur dass die haben auch checken und er lasst doch im keller gehen naja egal komm pack drauf ich nehm mal ich nehm Mute ich nehm Doc rausbitchen bitte MP nö 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 die die du nö ich nö 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 Ja ne, ist klar, Alter. Töte mal den Bandit. Warum? Den Jäger, der hat mich gerade umgebracht. Okay. Wen hast du denn jetzt umgebracht? Siehst du doch gleich. Nur noch der Jäger ist alleine, ey. Ja, warum bringt die sich denn... Ja. Warum hat er denn die anderen umgebracht? Sag mal. Keine Ahnung. Das ist deren Scheiß-Problem, Alter. Ja, jetzt hat sie in Niederlage deswegen kassiert. Das ist so, Freunde. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ja. Nicht auflegen. Reingehauen. Ciao, ciao. Bis dahin. 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 Vielen Dank.